hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren aufnahme creative und ich bin nicht alleine mit mir zusammen ist hier der springende goal und im weiter fähne der attabu mit allen seinen vier zahlen zuschauer auf twitch ja erst mal entschuldigung dass das mit dem stream nicht gleich gestartet hat wir haben noch ein bisschen was diskutiert und wie wir miteinander was machen wollen und so weiter habe ich noch die zeit geachtet 20 min zu spät knapp und und leider kommt mir den gold nicht überreden nicht mitzumachen ja doch gelaufen aber gott kommt das ist ein kleiner preis ich guck mal was jetzt der spotty so achten wir zum spotty teleportieren bevor jemand böse ist der chris ist gewohnt dass ich böse zu ihm bin würde an alte socke ich grüße die hier in creative was mache ich das habe ich mein haus kaputt gemacht hast du hast dein haus kaputt weiß ich nicht ich weiß nicht welcher stein muss denn dahin ja könnte er er könnte ja einfach mal auf den würdern wenn du gerne auf diesen welt mit kommt und was bauen du musst ja nicht direkt in den ts kommen um die aufnahme zu sprengen aber du könnt ihr trotzdem drauf sollen dann würde ich dir zwischen den aufnahmen einfach die zugangsdaten geben kann sich ja mal den atta in seinem live stream mal schreiben im live chat das ist auch nicht ja muss nur sagen dann wäre sie dabei gut das ist das stimme das haus nicht mehr so aussehen sieben holz wie es mal war das ist eine vorlage es soll dir einfach eine vorlage präsentieren wie du theoretisch ein haus bauen könnte ach du machst mein haus kaputt ja das ist schlimm ich mache mein haus kaputt er macht mein haus kaputt da nehme ich jetzt stein jeder weg den holzblock zwei fehler so ich weiß auch nicht wie man sie seitlich setzt das kann uns einer der vielen zuschauer von adama verraten wenn man die richtigen stein hat heute das richtige holz hat dann ja 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 klar atta dass wir rein die truhe bauen ist ja eine blau da jetzt muss kein inventar mehr um die truhe zu bauen hatte hast du noch nicht christ du hast noch platz im inventar wirklich schließen du musst einfach nur mittig auf die tür gucken wo bist du denn chris hinter dir ich werfe dir mal was hin was du jetzt auch hast du schon crack wurde aber er hat seine tage hörst du das nicht rausgeschmissen hat er so nicht er war ja mit z oder so das nicht aufsammeln das nicht aufsammeln befindet ein holzblock das spät hätte ich gern wieder ich brauche einmal cred wird ja ich habe noch fünf wo bist du ja ich komme zu dir meine nicht weine nicht wenn ein spontiv land dann da rein dein haus das ist nett dass du mich in meine wohnung bittest das bin ich also der atta der ist schon groß muss man sagen wer ihn kennt der weiß dass ja so müsste jetzt hier hingefallen sein oder nicht ach so ich hab's im inventar ja da ist es gut so hinter dir ist also zumindest aus meiner sicht der ist es hinter dir so das schwert hat er bestimmt auch okay das schwer hat wäre ja nicht okay sehr schön ich kann da bin ich eben wie hatte sie auf ihn mit ihnen oder mit er oder rechtsklick macht er durch das wollen wir machen habe ich das nicht schon was ich muss einfach ne du hast keine drohe ich habe neues rothmaning cell gebaut ja also das stein braucht sich genug dort 203 hast er auch die letzten acht nicht aufgenommenen folgen gemacht würde er schreibt übrigens er muss erst warten bis ruby zu hause ist und dann wird sie gleich wieder weggesperrt aber durch das den aufnamen reinkommt keine ahnung was es ist prost und alle monster fans und alle die das jetzt bei mir sehen diese folge ich möchte das jetzt nicht vorlesen weil ich denke ich werde die beiden damit noch überraschen ich hatte steinstraße stein stadt antwort auf die awp in ttt ich könnte auf jeden fall ein helles holz ja ich habe zehn stück das reichte wahrscheinlich brauchen wir stone slabs irgendwann bestimmt alles habe ich gemacht kommt kommt ob so kittes wollen weg eine kette ist hier mal da könnt ihr das reinlegen was ihr so an sich braucht ich wollte liebe ganz viel liebe chris brauchte jetzt noch helles holz ich werde aber angekündigt und lasst den größten schweinchen so das schweinchen ist ein traitor so kennen wir etwas umwandeln hier ist jetzt nicht so spannend würde gute laune hatten lachen und schweinchen geschickt kann auch sein so herr weißt du hast doch kein hashtag halt die fresse oder wie als er sucht den eigenen baum chris du hast ja gesagt dass der oder christianer schuf und da soll alles rein was man nicht braucht das rein tun was schon drin ist stein ich glaube stein ist nicht doch doch da kann stein rein liegen aber nur 99 ja ich habe ein 37er stapel weg genommen und dafür den 99er getan weil ich kann dann kann es ja wieder bis 99 sammeln ein bisschen busch noch knochen habe ich noch keine ahnung heiltränke irgendwas können wir eigentlich schon fenster bauen atta können wir schon fenster bauen können wir das ja wir schaffen das natürlich ich würde gerne mein kages holzstück mit loch weg machen mit fenster auf das hier erscheint mich nicht noch mal ich habe übrigens drauf dass du gerade die kleine baby kappe verprügelt hast ich habe tränke also das stimmt mit dir nicht hatte voll der immer typ zu mir sagte immer so ja und ich weiß ja gar nicht wie es alles geht ja schon tränke der herr wieso kann ich das nicht einsetzen vielleicht sind keine richtigen tränke bist du sicher dass es healing poten sind ich glaube für fenster brauche ich erst mal oben wie mache ich denn was ist das denn es sind keine tränke allerdings aber pilz habe ich auch leute nutzt keine drogen es pilze das gesund richtig was macht er und brauche ich den hier war das oder bräuchte ja pixi hatte ich kohle in meiner kiste ich hatte keine kohle ich nicht in der letzten folge kohle abgebaut kann ja du saustürst habe ich das gefühl dass du das blaue viech angegriffen hast du nicht andersrum ich habe mein haus weiter gebaut und dann kann ich auch mal schaden bekommen das sagt ja bei ttt auch immer ich brauche unbedingt die gras wollen wir nicht haben ich brauche pilze take all so hier war die kohle alles klar hat das erklärt natürlich erst mal wieder nach hause teleportieren es wollte nach hause telefonieren und jeder haute telefonieren nicht ohne an ihren das natürlich verwechseln das macht ja nix weil das macht er so sich schon jetzt darüber dass das schön ist aber nur als hobby rote blumen nehmen wir mal mit ja was heißt genau vorhaben muss man mitnehmen kann können wir euch noch gar nicht genau sagen oder erst mal erst mal alles lernen wollen und groben ganzen so hier und da und erst mal was natürlich einrichten wollen könnte ich aber nach ikea fahren und da haribo essen das geht ja nicht nicht dann spiele ich das spiel nicht mehr für muscheln und stichstab aufgesammelt also wenn es hier kein ikea gibt dann mache ich das nicht mehr also darauf habe ich mich fest verlassen bringt ja sowieso nichts weil wir wollen ja nicht dass wir dann sauer ist weil wenn wir jetzt sagen er ist ein kottbüller ist ja kein hamburger stimmt der bühner ist ja bekanntermaßen sehr aggressiver typ krasser kerl halt und ohne bürger kein bürger eben pilze ich bin mir so sicher dass ich hier kohle abgebaut haben aber warum habe ich keine kohle mehr ich habe das gefühl der hatte hat sie gegessen stirbt du aus grünes monster läuft doch nicht weg die unschuldigen monster an so ist total und gefährlich wie ist richtig und gemein so muss er zelter sein ja ja dann geträgt ich nicht bin immer in die kiste da sind 99 stück drinnen zurückliegen ja meine zuschauer wollen auch mal tote sehen mich so christ gold tot du kannst mich ja nicht richtig zurück an die auftouren ich weiß richtig nach hause kommen so zu fuß weil ich jetzt ja ja aber zu fuß also wir haben in teleporter welche kiste denn ist einfach wir haben nur eine kiste es ist ein fußbetriebene teleporter ich musste wieder nach hause finden dann ist natürlich auch die höhle ach ja doch die sonne höhle pilze haben mein gott was leuchtet denn da und für mich töten sponty was macht christ wird hier aber es will mich töten töte zurück was ist denn das so ist ja hier draußen blau dieser tageslicht hat er gekippt ich bin unter der erde so ich habe einen heiden in sie gefunden ja ich habe ihn zurückgefunden schnell nach hause teleportieren die höhle ist mir etwas zu tief du machst es doch tiefgründig das stimmt so dass wir mal mit das war knapp das war very close hallo sportlich hallo aus pilze oder hast du noch ihr habt genug pilze nein es war falsch er wollten wir er folgt hier doch schon ein paar samen her also nicht weil es nicht falsch verstehen nicht so wie ihr denkt hat er bei dir verstehen wir das gut wir doch was machen hier wissen wir genau wie das mit den samen gemeint ist noch mehr zusammen wir stellen so viele samen her ja wie bei der samenbank ist das hier sagt auch so wie du gerade hat der hand frei hast du ja klar also also meistens zu zweit das ist ok das verstehe ich macht ja auch sinn ist ja auch maximale ausbeute sozusagen natürlich ok hier sind wir viel zu viele monsterchen abgehen abgehen aber kein level abgehen ich habe es dass meine weise ich werde drei monsterchen verfolgt ruhe sagte mit dem todes kampen des todes ja ja wir sind alles voller monstreichens ich habe eine höhle gefunden ich hoffe da drin befindet sich kühles stürpel auf warum haben wir eigentlich ach du ich hab hier fackeln da